halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu season of the fall of the fall ich hoffe ich spreche es richtig aus ich hasse dieses wort immer ich sagte immer so komisch ich wusste es ich hatte die ganze zeit die befürchtung als wenn wir da hoch müssen und wir müssen es tatsache man mal wieder hier kalt war wieder herbst zu 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 z z zu 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 zingrum umberum dingarin dingarin los krabbel runter ab durchs wasser leute los 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 es explodieren beide na gut ist nicht schlimm muss nichts heißen wir schaffen das auch so ok ich soll nicht dass mir helfen könnte wieso springst du da jetzt nicht hoch die fehler habe ich gar nicht gesehen ich habe die fehler echt nicht gesehen pol an mir vorbeigegangen und raus hier dann kann es da oben wo ich als erstes lang wollte ja eigentlich nur zu frühling oder sommer gehen wo komme ich dann zu dem vierten hin ach ernsthaft achso ich dachte schon ok jetzt wirds oh ui achtung für so eine kleine knospe wirst du ganz schön gerissen und du wirst sehen wenn du erst einmal dieses zweite fragment absorbiert hast wirst du noch pfiffiger sein sonst wird hier noch was gemalt ich kann zwar nie wirklich erkennen was da steht aber also was da gemalt wurde wenn wir jetzt hier mal herbst machen würde müssten wir dann schwimmen oder würden wir ertrinken können wir überhaupt sterben in diesem spiel fragen über fragen mir ist arsch kalt ehrlich ist arsch kalt ich habe die heizung erst mal an ach so der weg wird wieder versperrt und herbst hallo so 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 Hm, der Herbst. Die Farben, die Gerüche. Das ist wirklich meine liebste Jahreszeit. Wir könnten diesen Moment genießen, wenn dein Fuchs nur Ruhe geben würde. Es gefällt ihm sicher nicht, dass wir ihn derart benutzen, aber wir haben kein anderes Tier zur Hand. Wir haben erst die Hälfte hinter uns. Er wird uns also noch ein wenig länger aushalten müssen. Vielleicht solltest du versuchen, ihn zu beruhigen. Was soll ich das machen? Soll ich ein Liedchen trillern? Gesitzt der überhaupt? Hier. Dich mag er wenigstens. Das ist ja schon mal was. Ich hatte es dir ja versprochen, kleine Knospe. Nun, wo du zwei Jahreszeiten absorbiert hast, kannst du sie nach Belieben einsetzen. Jede Jahreszeit ist einzigartig und verwandelt die Elemente, die dich umgeben. Zögere nicht die Macht der Jahreszeiten zu nutzen, und zwar wo du willst und so oft du willst. Also, kleine Knospe, welche Region wirst du jetzt erkunden? Du kannst die Macht der Jahreszeiten nutzen, um Zugang zu dieser Höhle zu erhalten. Aber ich zwinge dich zu nichts. Mach, was du willst. Äh, Macht der Jahreszeiten. Ja, ich hab's verstanden. Okay. Wir machen das, was die gute Frau uns da rät. Ich hab mal, sie hat Höhle gesagt. Könnt ihr das jetzt mal bitte hier... So, jetzt hab ich das gemacht. Bist du jetzt zufrieden? Ich möchte aber gerne wieder den Herbst haben. Meine Lieblingsjahreszeit ist ja der Winter. Definitiv der Winter. Obwohl der Herbst auch wirklich sehr schön ist, aber ich zieh... Also, ich zieh vieles dem, ähm... Sommer vor. Und ich sehe schon, wir müssen hier... Gut gemacht, kleine Knospe. Du hast verstanden, wie du dir die Macht der Jahreszeiten zunutze machen kannst. Das trifft sich gut. Der dritte Hüter befindet sich hinter dieser Höhle. Los, kleine Knospe. Geh, verliere keine Zeit. Was ich jetzt allerdings interessant finde, ist, dass, äh, Pilze in Herbst, äh, aufgehen. Finde ich wirklich interessant. Wusste ich nicht. Bin ich jetzt hier richtig? Ähm. Hinter dieser Höhle, ne? Sie meint sie doch geradeaus, oder? Da komme ich ja nicht hin. Kann's gar nicht anders sein, als... ...hier lang zu gehen. Da vorne war Wasser. Oh, ich hoffe, ich bin jetzt richtig gegangen, ey. Sonst hätte sie ja schon Ton gesagt, oder? Ne, wir sind wieder im Heiligtum. Hä? Bitte? Wo hätten wir denn dann da hingemusst? Da war doch gar keine Höhle. Ich hab doch da... Ich mein, rein theoretisch klar, da muss eine Höhle sein. Aber... Ich hab keine gesehen. Ich bin jetzt hier, ne? Warte auf. Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Ähm... Der ist stark irritiert, wo lang? Das sind hierfür Glitzerkugeln. Also hübsch sieht das ja definitiv alles aus, ne? Also grafikmäßig, ja, ne? Aber die Bilder, also die Szenen, echt hübsche Macht. Was wird da raus jetzt? Ach, ein Pilz! So cool. Mhm. Mhm. Na los, geh raus da. Ich weiß noch nicht wo ich dich brauche, aber ich brauche dich. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Okay, das war jetzt einfach mal geraten. Einfach mal geraten. Ich weiß noch nicht, wofür ich dich brauche, aber ich brauche dich. Ich weiß noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob dein Fuchs weit genug springen kann, um ihn zu überqueren. Okay, graben. Erstmal machen wir den Pilz hier auf. Gucken mal, dass ich da nicht schon wieder runterfalle. Ja, da hat sie recht. Das würde ich nicht schaffen. Huchala. Moment, ich muss jetzt Eis machen. Und jetzt kannst du ganz schnell da rüber. Zack. Nein, 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 nein. Darüber. Los. Und sich da sammeln. Genau, sammle dich da. Und wachse. Ähm. Oh, das war knapp. Schwimm ist Kacke. Dauert viel zu lange. Das war der Tender. Glühwürmchen, das heißt, dass du nicht mehr weit vom Ausgang entfernt bist. Allerdings müssen sie dich erst vorbeilassen. Ah ja. Okay. Da ist das dritte. Was sind das hier für komische Steine? Und weiß keiner. Es ist hier. Wahnsinn. Ah. Oh. Okay. Ah. Oh. Oh. So. Oh. Oh. Na, ja, komm, 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 komm. Los, geh da rein. Was hat das jetzt gemacht? Na, gar nichts. Ach, hier stehen hier Dingens drauf. Wie ich das machen muss. Von links nach links. Okay, 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 okay. Ah. So. Okay. Jetzt müsste das hier aufgehen. Jawoll. Jetzt mal gucken, was hier noch alles möglich ist. Sind wir jetzt schon beim Hüter? Welche ist das jetzt? Sommer, Frühling, Wasserfall. Machen wir das gleich bestimmt für den Rückweg. Wasserfall, es könnte der Sommer sein. Jetzt übertreiben ist das aber ein bisschen mit dem Wechseln hier. Aber gut, das macht das Spiel ja aus, ne? Okay, ich hätte es mir sparen können. Na, nicht ganz. Jetzt ist der See wenigstens gefroren. Damals war dieser Fluss voller Lachse. Heute sind es nicht mehr viele. Und ich glaube, ich weiß, wer dafür verantwortlich ist. Lachse. Ist das der Frühling bestimmt? Ich weiß nicht, wann die... Wie heißt das? Lärchen gehen? Uh, was bist du denn? Könnte der Frühling sein? Also, ich urteile jetzt der Farbe nach. Ein Versuch ist es ja immer wert, ne? Sie erwähnt auch nicht, wer das ist. Okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß nicht. Das hilft mir nicht. So, jetzt riecht es hier. Jetzt muss man erstmal rausfinden. Wir haben den Frühling, meine Damen und Herren. Versuchen wir mal den Herbst. Zack. Ja, so langsam habe ich es raus. Okay, jetzt macht das Spiel doch Spaß. Am Anfang habe ich gedacht, nee, das wird nichts. Aber doch so langsam, ja. Ich könnte mich daran gewöhnen. Ah ja, die Glühwöhnchen, genau. Jetzt müssen wir von da nach da, alles klar. Okay. 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 Das war jetzt fies. Zack. Nein, 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 nein. Genau, ich brauche sie. Wie? Ähm. Oh, hier riecht es ja gar nicht. Der war gut. Ah. Aber. Ich habe gar nicht so ein Ding gesehen. Ach, jetzt ist da wieder zu. Moment mal. Ich muss überlegen. Ist jetzt hier vielleicht so ein Vieh? Nein. Okay. Das bringt auch nichts. Okay, dann muss ich da nochmal lang. Wohl oder übel. Dann ist das auf der anderen Seite von den Glühwürmchen. Klar, und jetzt geht der eine wieder hoch, dann geht der andere wieder runter, bla bla bla. So. Logisch, logisch, logisch. Lass mal gucken. Wo ist hier das Vieh? Ich kann nämlich nichts sehen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, daran vorbeigegangen zu... Oh, vielen Dank. Ich kann mich auch nicht schützen. Ich kann mich auch nicht auf dem Fluss. Ich kann mich auch nicht auf dem Fluss. Ich kann mich auch nicht auf dem Fluss mit. Und dann. Es ist aus dem Fluss, da wäre ich noch etwas schmerzt, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020